Ja, vielleicht habt ihr schon mal was von dem Beruf Fernseh- und Antennentechniker gehört. Ja, vielleicht auch nicht. Das ist tatsächlich die alte Bezeichnung. Heute ist so dieses komplette Elektronik-Spektrum viel weiter, viel breiter. Das bedeutet, es gibt alleine sechs unterschiedliche Elektronik-Fachrichtungen. Und passend dazu haben wir ein Unternehmen eingeladen, die uns da so ein bisschen mehr auch von berichten können. Nämlich zu Gast ist das Unternehmen RLS Vacon Analytics GmbH. Und ich darf euch die drei nun einfach mal vorstellen. Vielleicht erst mal noch als Info vorneweg. Das ist ein Unternehmen, sie haben 20 Mitarbeiter, bilden schon seit über zehn Jahren aus und tun auch sehr viel für ihre Mitarbeitenden. Und genau darüber wollen wir nun sprechen. Ich darf einmal vorstellen, den Geschäftsführer Dr. Sascha Matern. Herzlich willkommen. Hallo. Mitgebracht hat er Rebecca Kranz. Du bist Auszubildende, du wirst Elektronikerin. Sprechen wir gleich nochmal ausführlich drüber. Schön, dass du da bist. Hallo. Und Isabel Schumann ist wieder mit dabei von der Agentur für Arbeit. Hilde Seim, Sie ist Berufsberaterin. Herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Wunderbar. Ja, die erste Frage soll tatsächlich an Sie gehen. Denn jetzt habe ich gerade den Namen Ihres Unternehmens genannt. Und möglicherweise kann man sich darunter jetzt noch nicht so viel vorstellen. Vielleicht können Sie deshalb einfach mal erklären, was macht Ihr Unternehmen? Ja, also wir sind ein Unternehmen, was Mess- und Sensortechnik herstellt. Das machen wir seit über 40 Jahren in der Tat schon. Wir haben aktuell zwei Sparten. Das eine ist Mess- und Sensortechnik für Rolltreppen. Und das andere, seit 15, 10, 10, 15 Jahren machen wir das Wasseranalytik. Und gerade in dieser Wasseranalytik sind wir halt in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark gewachsen. Womit hängt das zusammen? Also wir entwickeln unsere Geräte selber im Haus und wir fertigen sie. Wir haben eine eigene chemische Fertigung für die Wasseranalytik auch. So können wir beispielsweise Flaschen bis zu 500 Stück pro Stunde abfüllen. Und in der Elektronik bauen wir beispielsweise solche Analysengeräte, die Wassermonitoren, Wasserqualität überwachen. Und in diesen Geräten sind solche Platinen drin. Und das ist ein Thema, womit sich beispielsweise auch unsere Rebecca in der Fertigung beschäftigt. Okay, das klingt jetzt so im ersten Eindruck ziemlich fachlich. Rebecca, welche Aufgaben davon kannst du konkret übernehmen? Also was machst du da alles? Also ich als Azubi mache die Platinenbestückung. Alles, was auf der Platine die großen Teile sind. Die kleinen Teile werden alle von unserer Bestückungsanlage übernommen. Und danach bauen wir die in die Geräte ein. Nach der Montage ist das so, dass wir die dann noch überprüfen, ob das alles so stimmt, wie wir uns das vorstellen. Und das übernehme ich so mit. Und was sind für dich so die Highlights deiner Ausbildung? Warum macht das Spaß? Also eins der Highlights ist, dass wir halt auch mit diesem Programmieren der Platinen zusammenarbeiten und ich die Programmiersprache halt sehr interessant finde. Und zudem ist halt auch noch das Prüfen der Geräte, ob das alles stimmt, finde ich auch sehr interessant. Okay. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, was sind eigentlich so diese Voraussetzungen für eine Ausbildung in diesem Bereich? Das waren so die harten Fakten. Aber welche Vorerfahrungen sind vielleicht noch nützlich? Also ich sage mal so, Vorerfahrungen, glaube ich, müssen für eine Ausbildung nicht unbedingt sein. Aber nützlich ist mit Sicherheit oder wichtig, dass man eine gewisse Geduld mitbringt, wenn ich mir so diese kleinen Leiterbahnen da angucke. Und ich muss ja auch löten können. Ich muss sehr sorgfältig arbeiten können. Ich brauche also eine gute Feinmotorik, brauche eine ruhige Hand. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache. Und ich habe ja auch immer mit Elektrizität, mit Strom, mit teuren Geräten zu tun. Also auch ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt. Das sind, denke ich, ja Eigenschaften, die hat man ja sicherlich schon, beziehungsweise kann man natürlich auch entwickeln, aber mit Sicherheit förderlich, wenn man sowas schon hat. Absolut. Jetzt ist Ihr Filmsitz ja mitten im Gewerbegebiet in Hildesheim nahe Flughafen. Die A7 ist auch nicht weit weg. Also wirklich der Standortvorteil ist natürlich spitz. Also da bieten Sie schon mal einiges. Was bieten Sie noch so den Auszubildenden? Also unsere Auszubildenden bekommen 30 Tage Urlaub. Sie haben die Möglichkeit, eine Ausbildung, eine Weiterbildung noch mitzumachen. Wie heißt das nochmal? Ein Aubit, Vorbereitung für die Prüfung. Sie haben individuelle Betreuer bei uns im Unternehmen. Also jeder Auszubildende hat einen Ansprechpartner. Das heißt, wenn es da Fragen zur Mathe gibt oder zur Physik oder Sonstiges, haben wir halt Entwickler oder auch der Fertigungsleiter, der dann direkt betreut. Wir bieten Online-Rollenspiele an, wir machen zusammen Grillen, wir werden demnächst Paintball spielen. Und also wir versuchen oder ich versuche so ein bisschen das aufzunehmen, was auch an mich herangetragen wird und das zu gucken, ob das ja für alle denn dann passt oder dass man da gemeinsam halt auch Aktivitäten übernimmt. Das heißt ja nicht nur arbeitsbezogen, sondern auch in der Freizeit coole Dinge zusammen. Ja, genau. Wobei, genau, in der Freizeit coole Dinge und auch gerade so diese ganz coolen Dinge, da nehme ich mich dann halt auch raus, wo ich sage, da fühle ich mich vielleicht selber schon zu alt. Oder da ist es halt auch gut, dass die jungen Leute, die Jungen das selber machen zusammen, was unternehmen. Aber ich versuche das schon zu fördern an der Stelle. Und was mir halt auch wichtig ist, dass die Auszubildenden, wenn sie bei uns anfangen, auch die Möglichkeit haben, bei uns im Unternehmen auch zu bleiben und sich weiterhin auch einzubringen. Und da gucken wir halt auch so ein bisschen auf die Qualitäten oder auch die Interessen. Die einen gehen lieber in die Entwicklung, die anderen bleiben lieber in der Fertigung. Das entwickelt sich teilweise auch dann während der Ausbildung, wo dann die Interessen liegen. Trotzdem ist es ja gar nicht so einfach, Auszubildende zu finden. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage, die zu finden. Also vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass dieser Beruf ein bisschen weit weg ist. Man kann sich da vielleicht auch nichts darunter vorstellen. Deshalb finde ich jetzt so ein Format wie hier super, dass wir das näher bringen können, dass wir das erläutern können. Und ja, also wir versuchen oder ich versuche halt auch andere Wege zu gehen, die jungen Leute halt auch anzusprechen. Rebecca hat Sie ja auf jeden Fall überzeugt. Deshalb sitzt Sie ja nun auch hier. Kannst du dich noch an dein Aufnahmegespräch, an dein Bewerbungsgespräch erinnern? Worauf könnte man sich als Bewerber vorbereiten? Also in meinem Bewerbungsgespräch habe ich so einen kleinen Einstellungstest. Und das waren so ein paar Grundlagen von Physik. So ein bisschen, so ein kleines technisches Verständnis und was halt so eine Schaltung ist. Okay, das konntest du alles einwandfrei scheinbar beantworten. Wunderbar. Letzte Frage noch an Sie. Welche Tipps können Sie noch geben für die Bewerbung? Weil ich sage mal so, es gibt ja auch für jede Branche, gibt es ja vielleicht auch noch mal ein paar spezielle Tipps. Wie sieht das hier aus? Ja, also mit Sicherheit sehr, sehr sinnvoll, sich erst mal gut zu informieren über das Profil des Arbeitgebers, mal auf die Homepage zu gehen und seine eigenen Unterlagen sich gut anzugucken. Mit Sicherheit ist es nicht ganz verkehrt, wenn man in irgendeiner Form vielleicht auch schon Vorerfahrung in dem Elektronikbereich hat. Das hatten wir ja vorhin danach gefragt. Wenn ich also tatsächlich schon mal, ich sage jetzt mal als Beispiel die Modelleisenbahn zu Hause, tatsächlich schon mal aufgebaut und repariert und gelötet habe, dann ist das natürlich wahrscheinlich perfekt, wenn das in einer Bewerbungsmappe in irgendeiner Form als Foto oder ähnliches drin ist. Nun kann man aber nicht von jedem Bewerber oder Bewerberin erwarten, dass man solche Hobbys mitbringt. Aber in irgendeiner Form sich, sage ich mal so, auf diese technischen Voraussetzungen und auch Fragen, die kommen, wirklich darauf einstellen. Also was ist speziell an diesem Unternehmen und wo habe ich jetzt also auch zum Beispiel Interesse dran? Vorhin ist so dieser Begriff gefallen, für etwas brennen. Ja, ich denke mal, jetzt ist es vielleicht nicht ganz so leicht, jetzt für Sensoren, für Wassertechnik oder für Rolltreppen zu brennen. Aber für das Thema, wie funktioniert Elektronik und das ist, ich finde es ein Wunderding, ganz ehrlich. Also ich wäre eine schlechte Elektronikerin, aber ich finde es wunderbar, dass es so etwas gibt. Also dafür Begeisterung zu entwickeln und das rüberzubringen in der Bewerbung, ganz optisch und auch im Gespräch. Ich glaube, damit hat man gute Chancen. Auch da hilft es natürlich wieder kein Standardschreiben, sondern einfach individuell und persönlich. Auch da ist es natürlich. Vielen Dank.